Guck, ich krieg das immer relativ spät, weil ich halt nicht host bin. Es gab voll wenig XP. Zu dem, wo wir gespawnt sind, hab ich dann schon 5 Gold. Oh, hallo. Das war einfach. Der ist noch nicht verlassen. Ich krieg extreem Grad Damage. Ah, geil. Was hast du? Ich brauche den Kicker auf der Seite. Äh, ich brauche das auch, weil... Das weiß ich auch noch. Wenn mein Dynamik gleich wieder aktiv ist, ist das geil. Ich bin schon dort. Boah, ich brauche noch mal so ein Piercing. Ja, wir haben noch nicht so viel HP. Weißt du, wir hatten das letzte Mal, wo wir sonst gefarmt haben, mehr HP gehabt. Ja, du aktivierst ja, aber guckst, was rauskommt. Ja, ah ne, ich hab schon richtig. Ich hab gar nicht so viel, ich hab vier. Ja, Alter. Haben wir schon alle? Wir bleiben mal zusammen, weil es könnte schon sein, dass du irgendwas dropscht, was gar nicht so schlecht ist für mich. Wir bleiben mal zusammen. Wir bleiben mal zusammen. Ich schieße nur ein paar Locker. Haben die Platz rechts? Die Platz rechts? Wer ist du? Äh, das war eine Frage. Ich bin schon, wenn du überhaupt kannst. Hast du. Ah, wo war ich geschehen? Na klar. Hier, was? Oder, äh, ich hab noch drei. Ich glaub, ich hab aber noch keins von dem, aber kannst du auch haben. Ich hab auch keins von dem. Ah. Ah, das war das letzte Mal. Äh. Okay. Ich hab schon drei Punkte. Die ganzen Rockers bringen viel zum Glitchen. Jamsprum, Digga. Voll in der Gegend rum. Bei mir jamsprum in der Gegend rum. Und ich hab's auf Video und du nicht. Also kann meins ja noch richtig sein. Ja, jetzt kann ich nicht mehr läuten. Was? Ich kann zwar immer läuten, aber... Naja, wohl schön. Noch irgendwas? Voll gegen die Decke. Ich glaub, das war's. Ich würd' sagen, zurück zu erfüllen wir jetzt ein paar Mal die Areale, oder? Ja, schon. Weißt du, da kriegt man doch am meisten Loot, wie wenn du bloß Bosse killst. Man kriegt ja das Rare Loot, würde ich mal sagen. Dann weiter geht's. Ich bin rechts. Wahrscheinlich geht's rechts auch. Ich denke, wir müssen rechts gehen. Ja, oder eigentlich können wir uns jetzt dann langsam auch trennen. Ich glaub, wir werden nicht grad... oder doch, wir kriegen schon extrem Schaden. Ja. Geh mal ganz ruhig davon. Ich brauch noch die Federn. Wenn's Federn spawnen, sollte ich mal noch welche haben. Aktivier. Bist du im Boxhandschuh? Ähm, Ding. Äh, Aces. Willst du's? Ja. Dann nimm's. Was ist das? Was ist das? Okay. Ja, weißt du halt, das Cross Relic ist für mich halt doch ein bisschen essentieller, wie für dich vielleicht. Aber egal. Ja, okay. Ist ja egal. Die nächste Tester krieg aber auf jeden Fall ich. So viel Geld. Boah, irgendwas... Gibt nicht auch irgendwas, womit du dein... dein Special schneller läd, also weniger Zeit brauchst. Ja. 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 Nein, äh, von dem... Von meinem Dynamit. Dachte da grad... Ja, danke, lass ich mich wieder alleine. Ich komm mit. So sind nur noch vier Gegner. Ja, noch ein Gegner ist... Ich hab ihn mit Dynamitmonete. Irgendwo ist noch einer bei dir. Ah ne, oh. Eben, weil wenn wir uns aufteilen, ist das immer ein bisschen scheiße. Weil wenn wir wirklich was Gescheites kriegen, was der andere braucht... Hast du was? Aber kein... Aber keine... Aber keine Gluc... Okay, hat er sowas gefunden. Ist fertig. Ja, kann ich gehen. Meine EXP gehen da so lahmarschig hoch. Mhm. Level 19, oder? Ja. Ich würd sagen, wir gehen da schon hoch. Mhm. Nein. Was für ne Scheiß... Was für ne Scheiß... Da muss auch so ein Ding... Joom. Wir wollen mal wieder. Wir verkaufen wieder. Nee. Tak, 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 tak. Evan Strike, die gibt doch bei Crit HP oder so irgendwas. Ja. Wie hat das? Ja, man, jetzt muss das so ein Ding halten. Ja, aber Dynamit ist doch besser, oder? Ich glaub, die goldene Kiste kriegen wir auch früh genug noch auf. Eins. Nimm Nummer eins. Was macht das? Außer, ich hoffe mir nicht. Ja. Das... Eigentlich sollten wir so langsam mal eine Kiste suchen gehen, oder? Das kostet 7k. Ne, ich hab jetzt 800. Ich hab ja oben die Kiste auch aufgemacht, weißt du? Ja. 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 Was war das mit dem Cabin oder das Rare Item? Wow. Das wäre eine höhere Dodge Chance, gell? Ah, die Kiste ist bei mir hier gespawnt. Was ist da da? Ich schaue, dass Spike läuft. Spike? Ich muss es einnehmen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Spike läuft. Wie flasht du? Okay, von mir aus. Ich glaube nicht. Also, suchen wir weiter. Ja. Treffst sogar noch. Hey, guck mal, wir fliegen damit hier oben schon liegt. Ich bin draußen. Hier unten ist noch eine Kiste, ich mach's mal auf. Hier ist was für dich. Ich hab wenig KB. Ich hab wenig KB. Ich hab wenig KB. Es kam cooles aus der Kiste. Ich mach mal das Fragezeichen. Da unten ist die fucking Ebene. Komm mal runter. Da unten ist die fucking Ebene. Komm. Komm mal runter. Nein. Hoi. Hier oben wieder gespawnt. Hast du durchgeschafft? Soll ich nachkommen? Ich komm nach. Ja. Ja. Warte noch, bis ich da bin. Das müssen wir noch mal runter gehen. Mhm. Doch. Ja. Ja. Na, ich bin schon wieder runter gefahren. Dann nimm's. Nimm's. Ja. Ach, du packst an. Ich hab's nicht so weit runter. Verdammt, das Wunder. Ich hab's nicht so weit runter. Ah, sorry. Ich hab so'n Monster zu veröffentlicht. Da ist ein Glas. Kann ich's nehmen oder willst du? Aber was? Glas. Äh, kann's machen. Bei dem ist nicht so unten, wenn ich den Weck nicht mehr kann. Okay. Kommst du? Ich kalt hier an ein paar Gegner und halt ein bisschen frei. Ja. Ich hab's schon mal von mir frei gemacht. Hm? Aber cool, dass ich das gesehen hab, weil der hat nämlich nach mir gelasert, das Arschloch. Der lasert von da unten. Ja, ich bin schon oben, ja? Ja, ja. Der lasert von da unten. Irgendwas kann ja nicht stimmen. Nix da. Ich glaube bestimmt. Ich bin zum HP starten. Ich komm. Au. Mach den Start in Teleporter noch nicht. 65. Na, darf ich? Eins. Ich hab... Ich hab eins zu wahrscheinlich, glaub ich, oder? Ich hab eins zu wahrscheinlich, glaub ich, oder? Oh, das ist gleich noch mal, aber... Vorher ist nicht ganz klar, ja. Nein, ich hab schon eins. 85%. Ja. Ich hab jetzt voll HP. Ich probier's. Nimm beides, nimm beides, nimm einfach beides. Nein, warte noch. Ich bin doch zuerst voll HP. Ohne voll HP wird es schmerzhaft. Jetzt kannst. Ich hab's nicht mehr zuerst gehen bei rechts runter. Mhm. Da ist noch ein Imp. 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 Ja, das ist noch ein Imp. Nice, was toll ist für dich. Da ist noch was. Oh, hab ich. Hast du? Eben, du würdest ja dann sowieso vor mir kriegen, wenn wir beide drin stehen. Nicht immer. Ich hab mal die Viecher da oben gekillt. Ah, scheiße. Jetzt weiß ich, was ich mache. Ich werde mein Dynamit ab jetzt immer für, wenn alle Gegner da und sein sollten. Wenn Zeit weg ist. Weil es sich nicht über die komplette Map verteilt, das Dynamit. Es explodiert alles. Alles. Da ist ja klar. Zwei Gegner noch Ich geh ihn kill Und down Voll geil, dass ich das gesehen hab Und Level Up Und Level Up und Mega als Warbanner hingestellt Ich guck mal schnell oben rechts Wer typisch Wir laufen einmal über die Map Bei mir sind zwei Küchen gespawnt Bei mir ist eine gespawnt Geh mal kurz mit Scavenger killen, da hab ich Punkte Geh die Würmer allein, nur wenn ich in der Nähe Von denen stehen Geh mal kurz die Kiste aufmachen Brauch ich mehr Geld in die Kiste da oben aufzumachen? Ah ja Ich brauch endlich n Ding, echt Lass uns das scheiß Ding aktivieren Ich brauch äh Irgendwas, was mir mehr AB gibt Weil ich krieg extrem aufs Maul Weiche ähm Wie heißt das? Das was du auch hast Du hast ja um einiges mehr HP Ja Was hat's getroppt? Ich hab's getroppt Ah ich hab grad nicht Ich hab grad nicht gestorben gemacht, aber egal Ja Die Kiste sind ja auch Ich hab grad nicht gestorben So Scheiße Alter Bewegen wir uns Geh mal an die Glocke Geh mal an die Glocke Hast du das Ding aktiviert? Boah die Eisscheißviele haben mir grad die Hälfte in meine AP gezogen Ich hab was geiles gefunden, ich muss da hoch Ich krieg noch mehr Deck-Speed Ah Reicht noch nicht Boah voll Nächster Reicht nicht Ich muss vorne hin Ich muss nach vorne hin Die Würmer werden ja immer schneller Ja 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 Wo bist du? Wo? Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Spawner keinen normalen Ficheck mehr gell hey doch ich hab 20 ach ach Schauen wir mal das scheiß Ding, echt. Looten können wir nachher noch. Aktivieren mal, Hasch. Jetzt ford nämlich wieder ein Haufen Gleitscheiß dringend. Jetzt kommt noch. Ich hab Eis jetzt, ich weiß. Deswegen sag ich, Klein ist gar nicht so schlimm. Letztes Mal haben wir so extrem viel Regenerationszeug gekriegt, gell? Ja. Diesmal gar nix. Ich bin auf dem Weg. Wenn es noch zwei Sekunden gibt. Da oben ist ne Brille. Kurzer Game Freak. Sorry, das musste jetzt sein. So viele Sekunden siehst du nämlich nicht mehr, wo ihr jetzt noch Gegner spawnen könnt. Somit habe ich 99% der Gegner gerade gekillt. Wir haben noch 8 Gegner. Hey, die Zeit ist rum, Mann. Jetzt muss ich bleiben. Ah. Ja, bei mir war die Zeit schon ein bisschen höher. Jedes Mal wenn der Wurm hochkommt, habe ich 30 gekriegt. Jetzt sind zwei. Etwas zweimal. Ich bringe nicht das Spiel zum Glitschen, du bist das. Okay, das war ein bisschen hier. Wir haben da auf einem besseren Schirm eingefallen. Wie soll ich es machen bei uns? Oder geht das von Leuten? Hey. Nice. Hey, das ist doch ne Glocke. Nein, das mit. Wegen rockets und sowas. Hey, da drüben ist wieder das Enemy-Ding. Da geht bestimmt irgendwen. Wird das Enemy-Ding da drüben noch nicht gefunden. Den da? Doch, den haben wir. Ah, und warum ist das Ding dann bei mir auch da? Schon wieder da? Das ist immer da. Ah. Aber wir können es auch sammeln, dann sieht es aus, als wäre es ein iPhone, was wir noch getraubt hätten. Hm. Komm, wir machen. Ich hole es mir mal. Gehst du holen? Ja, ich bin gleich da. Da ist im Film wenigstens drin. Ja, so ein kurzes Soundcamp. Alles ok. Ah, schade. Ich wollte gerade eine extrem hohe Glocke machen, damit du das aufs Video aufnehmen kannst. Ja, ja, ja. Leider etwas Glück verbunden, ne? Ey, ich hatte schon 30.000. Ja. Ich hatte auch schon Turrets, die waren so teuer. Wo bist du? Links. Da ist nämlich noch eine Glocke. Ich habe nur noch 400. Ah. Und ich habe mir inzwischen eine Kiste gelegt. Nach dem Weg. Und hier. Ich würde gleich kommen und würde die Kiste aufmachen. Hö? Ich glaube ich habe sie aufgemacht. Hast du irgendwas? Nein, warte, ich komme. Ah, ja. Genau. Ich habe sie. Ich habe eine Seite gemacht. Ich gehe dann das Ding nach oben. Ich habe sie aufgemacht. Wir haben ja... Wir haben ja... Wir haben ja... Die... Wm... Ich kann ja nicht teleport-oxt werden. Ich bin zweifisch. Reicht. Das stimmt, das stimmt. Ich kann die Turrets nicht kaufen. Fick dich. Mach! Der Pierce-Schuss unterbricht meine Schussfrequenz. Überleg dir mal, ich krieg noch einen Pierce dazu. Ich krieg meine Damage hoch. Damage per Hit hoch. Warte noch ganz kurz, ich komm. Ah, das hat nicht gereicht. Nur kurz klettern. Glack, 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 glack. Hey. Ah, sorry, komm, komm. Sorry. Was? Dreck das? Die Action-Raketen schießen. Ach. Ach. Will ich das Video eigentlich nicht nachher mal neu starten? Hey, guck mal, wie das Dynamit aus mir rausfliegt. Boah. Ja, den will ich auch. Mit Dynamit. Oh. Oh. Ich meine, wenn die Zeit rum ist. Du hast was gefunden, geiles eigentlich. So, pass auf, das gibt's doch nicht bestimmt, dass wir so eine Art Pakt-Spieg machen. Bestimmt. Pakt-Spieg. Das ist dann einfach mal ein Full-Fall-Hop-Gasch. Ah, das geht ja gar nicht. Ich hab's gefunden. Wenn du hier guckst, siehst du sogar, wo's ist. Guck mal her. Guck hier und dann guck links unten ins Eck. Ah, ja, das geht. Okay. Ich glaub, ich weiß sogar, wo's vielleicht lang gehen könnte. Was guck's? Such's? Ich wär ja dafür, dass man's selber findet. Ah, ich weiß vielleicht, wie man da hinkommt. Da, wo ich es... Guck mal. Da rechts irgendwo runter. Und dann geht's bestimmt wieder hoch. Dann guck mal hier, siehst du den Boden. Ja? Ja. Guck mal hier unten hin. Genau unten runter. Ah, ja, da geht was hoch. Wahrscheinlich wieder hoch. Ich würd mal behaupten, irgendwo da rechts. Weißt du, irgendwo geht's da unten lang. Weißt du, dass man auch so durch irgendwas durch muss. Vielleicht durch so'n Boden oder sowas. Weil durch das ganz Dunkle kommt man ja durch. Nur durch das Helle nicht. Das kann man aufsprengen. Aha, okay. Die Stelle, die ich dir gezeigt hab. Ja. Kannst du da mal irgendwie... Scheiße, dagegen zu schießen. Ah, vielleicht machen wir es nochmal. Vielleicht lege ich dein Dynamit hin und explodier es. Warte mal. Hab ich was getroffen? Ich schau'n ruhig. Und jetzt mach wir es nochmal. Ich muss das weiter hochziehen. Warte mal. Ich guck mal, ob ich ne Ebene finde, weißt du? Warte mal. Das ist schon eigentlich mein Laserregulat, das hier. Ne, das war zu hoch, oder? Das ist mein Laser nicht, oder? Ne. Also ich schieße mal die ganze Zeit, aber das geht wahrscheinlich nach rechts gegen das Ding wieder. Dynamit oder sonst was? War das zu niedrig? Das war zu niedrig, ja. Ah, ich weiß vielleicht, wie es noch gehen könnte. Ah, da ist aber kein Gegner. Mit dem einen Pfeil. So hoch. Damn, aber da ist nichts, wo man draufschießt. Gegenknall, ja. Ja, ich versuch mal das eigentlich schon mal, wenn da ein Gegner steht oder irgendwas. Dynamit weiß, dann weiß ich, dann muss ich da halt ein Haufen Dynamit hinwerfen. Ich glaub nämlich nicht, dass hier noch irgendwas ist. Die Brücke ist auch zu. Und ich krieg 8 pro Hit zurück. Ich bin unbesiedbar so. cm nicht. commodit. Z Unders. ich guck mal was ich auch mal ein bisschen nach links und guck mal was total ist oder eigentlich ich aktiviere aber nichts weil der scheiße weil ich also hier unten links das portal jetzt ein fragezeichen auch mal zu mir hey gibt es eigentlich auch irgendwann limit dafür zehn stück weil wir können hier mal die sachen aufmachen hast die glocke schon geläutet einfach nur dass wir das zeug zusammen hier geht es einfach nur um das zeug zusammen aufmachen wenn kein geld mehr ist kann ich auch leuten ich habe keine sieben tausend fack you scavenger und scavenger down da hinten ist gerade jemand gestorben fähig fähig meine rate ja ich weiß Tune ich mal nach der Linkse... oder? Hier... Ah... Sieh! Sieh! Oh alter was zieh ich über der HP! Ah du hast schon aufgehoben! Ganz geil... Ich geh mal kurz in den Overlock... Eben da hinten ist ein Fragezeichen, da bin ich mal dran... Ey! Der hat mich ausgeschlossen! Und da oben ist doch eine Kiste... Ah... Bin noch weg! Sehr geil! Noch ein Guardian-Hard! Nächste kriegst dann wieder du! Aber wir haben immer noch bis jetzt bloß ein Ding getroppt, gell? Ja, ich geh grad neben Overlord... Auf die Entfernung von... Keine Ahnung wie viel... Faye hast du es gelesen? Ja... Ok... 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 обh �el das erstmal noch mal... Ich seh sie beim G-D-Beat. Ich schieß mal da dann. Warte, komm hinterher. Hier oben ist auch einer. Ich hab mal ihn gekillt. Warte, jetzt trotzdem. Du willst, du? Ich geh jetzt gleich runter. Komm, ich bin hinter dir noch gekillt. Ah, ich bin drin stehen geblieben. Messer bringt. Ich spring mal jetzt runter. Auf Bleed. Das war Bleed wieder? Oh. Ah, jetzt. Regeneriert so viel HP, das... Ja. Bewegt mich ja schon gar nicht. Ich hab nichts aufgemacht. Das ist Frage... Ne, ich hab nichts aufgemacht. Du hast es aufgemacht. Doch. Ich hab auch nichts aufgemacht. Ich hab kein X gedrückt. Du hast es aufgemacht, hundertprozentig. Ah, da ist vielleicht random aufgegangen. Du mal, Pay, die Viecher machen mir nicht mehr so viel Schaden, dass ich sterben kann. Äh, geht da hinten eigentlich weiter. Wir haben nämlich hier noch nicht das Special Ding. Ich weiß. Ah, ich weiß, wo das war. Das war da hinten links in der Ecke. Na, war das. Da haben wir doch... Hier ist was für dich. Komm. Du hast auch den Anlock gesehen. Ne, ich hab's nicht gesehen. Ja. Du hast den Anlock? Ich hab's nicht gesehen. 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 da müssen wir jetzt deckt mal von oben rein oder ich auch was zum Sprengen mit einem Explosentieren Gute Nacht weg IFRÜT hier ist was Nimm mir mal die Rüstung. Ah, sorry. Ah, ich glaub ich brauch auch die, die ich selber unlock, oder? Oder nicht? Nein. Ich hab's um zwei. Kann ich wieder das nächste dann kriegen. Oh ja. Ich hoffe ich hab's nicht genommen. Ich hab mega den Game Freak. Weil so viele Laketen sind. One-hit ist grad da oben alles. Wir müssen mal gucken was da oben überhaupt kommt. Lass mal das Ding dann auch in Ruhe. Lass, lass das Fragezeichen bitte. Okay. Weil hier oben ist ein Haufen Zeug, Mann! You're a crazy guy! Hey, hier oben liegt so ein Haufen Scheißdreck. Nochmal ne Infusion war da eine dabei. Ja. Du hast hier alle gekillt. Weißt du was? Da waren nur zwei Items eigentlich. Weißt du wie leistest da auf einem Fleck lagen? Okay. Jetzt was für dich. Kannst beide haben. Okay. Warte noch, gell. Ich will das Fragezeichen selber machen. Ich will's auch mal machen. Oder mach du halt. Ich will's auch mal machen. Welches? Ja, eine Kiste, die da nebendran steht, beides Merkenportalens. Nee, hab mal. Hier kann man wahrscheinlich rein. Nein, hier. Hier auf dem Weg nehmen. Nächst durch. Nächst was raus. Nö. Braucht ihr hier vielleicht ein Frost? Ah, hier unten ist was. Ich hab was vielleicht. Komm. Kannst du mal machen. Kannst du mal gucken was rauskriegt. Ist ja egal. Ich lass ne Beile laufen. Fester weg. Ich hab gar nichts gemacht. Also ich hab nix gemacht. Was soll? Nach Zeit hört er auf. Jetzt ist hier nicht so falsch rückgelaufen. Bei mir ist es schon länger gelaufen. So wie das Spiel lag meine ich. Guck mal wo und gleich ist dabei schon ein zweites rückgelaufen. So wie das ist. Vielleicht braucht man einen speziellen Charakter dazu. Gibt es jemand der explosiv ist. Vielleicht braucht man einen Miner dazu. Ja. ? ? ? ? ? Schauen Sie uns die Slow-Landage in dieser Zeit ein. Gehen wir mal hoch, aktivieren wir mal das. Ah ne, wir... Warte, warte, warte. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter. Ich habe jetzt mal die Gläser auch aufgehoben, sorry. Was hast du aufgehoben? Ich habe einmal Gläser aussehen aufgehoben. Was machst du? Gläser gerade nach. 2. 2. 2. 3. 5. Irgendwie so eine Einbuchtung. Eine kleine Ecke praktisch. Auf die Wurde sind so viel zu sehen, wenn die Tests sind, glaube ich. Ah, ich komm. Na, komm. Na, komm. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey. Ich komm mir nicht zu, ich... Ich bin schon oben. Ja. Weißt du, was ich mach? Ach. Warbanner. Ey. Warbanner. Ah, da ist Warbanner. Mein? Wie war der Mann für mich dabei? Ja, war gut. Ah, sorry. Ja, sorry. Next stick kriegst du. Wir lassen. Ah, hast du next gekriegt? Weiß. Weiß, wie ich jetzt hab. Weiß, wie ich jetzt hab. Weiß. Oh mein. Oh mein. Die Einbuchtung. Da wird die hier meinen. Toll. Wo war die? Wir sind noch in der Wand gewesen. Wo? Wir sind nicht mehr rausgefallen. Wir sind nicht mehr rausgefallen. Wir sind nicht mehr rausgefallen. Also das Mann, ja. Bist du noch da? Bist du noch da? Ja, ja, ja. Okay, mal ein paar Bosse. Ich lag das nur noch weiter. Ähm, sollen wir einfach nur... Wir sind nicht mehr rausgefallen. Ja, ich bin gar nicht mehr mit. Richtig. Keine Ahnung. Ja, ist nämlich hier oben, ist nämlich was für dich. Ja. Wow. Meine Gegner glitchen schon weg. Hier. Ich starte jetzt mal das Pile. Ja. Ich kill jetzt alles damit das Ding mal... So. Sorry. Ich muss das mal kurz aufräumen. Vielleicht kann ich jetzt nämlich... Ich bin nur im Warbanner drunter. 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 Und auch Gegner. Ja. Ah, bei mir sind die genau im Portal drin. Ich kann alle im Portal abschießen. 40 Gegner laut meinem. Ich kill gerade einen Imp-Overlord, in der Geschwindigkeit, die nicht mehr normal ist. Ah, du hast gerade die Kiste aufgemacht, war doch nicht meine. Imp-Overlord, ah ne, ah ne, das ist bei dir unten. Ja eben, der da da down war. Ich bin gerade auf der Seite auf dem Ort und jetzt ist die Aktion zu zeigen, dass ich mich auf dem Ort umgegangen bin. Hey. Ja. Darf ich eigentlich jemanden, ne? Ne. Also, die ganzen Gegner. Ich kann die ganzen Gegner gar nicht killen. Geh gleich über die Flüge, weil sie zwei bleiben. Ich glaub so ist die Flüge. Guck mal, hier ist die Flüge reingefallen. Ja, aber ich fahr hier nicht rein. Komm mal auf der einen Seite. Mhm. Oh! Ja, hier sind ein paar Gegner. Ich fahr jetzt noch mal ganz hoch. Komm schon in das Special-Areal da rein? Kann er nicht. Aber ich fahr hier auch nicht. Okay. Dann gibt es vielleicht diese Runde nicht, weißt du? Ja, ich fahr hier nicht. 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 Beis! Ich fahr hier nicht. Ich hab hier einen mega Warband aufgestellt.